okay Prozent die sind jetzt mitten im Nobelviertel die Leute ja nur ich kann aber was hier machen kann muss auch Gott so wird auch sich zu finden doch Gott war auch für so rumzuspacken Prozent ja da ist eine Wache die Wunschmeister wenn ich irgendwie wüsste ich hochkommen würde warum tut er das ja warum tue ich das ist eine gute Frage meine Liebe und wir klettern alle haben aber wie ein Apo hoch was machst du da kommt nicht mehr sehr gut ihr seid ihr nicht erwünscht was ich nicht schon gesehen hätte ich bin ich irgendwo noch aus ich habe solchen ein bisschen Geld bitte das muss Spuren ich bin ich bin der Leute scheiße da ist ein Turm doch ich gehe, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe da endlich nur weiß ich nicht genau wie ich da hochkomme das ist jetzt mein Problem lieber Leiter ja genau obwohl es ist richtig ich komme ein ich muss auch irgendwie hoch kommt schon kommt er irgendwie hoch genau so genau genau so wollte ich das von dir sehen du kannst alles mal lieber was soll das sein werden genau da sehen wir auch schon ein Turm da wollen wir hin mein Freund genau genau den Turm holen oh Gott es auf einem anderen Gebäude sagt man das doch ja da das nicht gesehen dass ich nicht gesehen was nicht gesehen was mich nicht gesehen da da wie sieht das denn hier aus wie ich merke dich aus oder so aber wir kommen hoch hallo festhalten hä wie jetzt kann er sich hier nicht festhalten oder was soll der müssen komm ich da jetzt echt nicht hoch oder was kann ich mir nicht vorstellen doch klar komm ich da hoch ist zwar etwas schwierig aber egal wir kommen da hoch Hauptsache das wir wetten ich muss da gar nicht hoch können die jetzt irgendwie drauf wetten egal wir versuchen es einfach wir versuchen es auf gut glückliche Leute hier aber es sieht echt merkwürdig aus dieser Turm muss ich ganz ehrlich sagen so als müssten wir nicht hoch aber ich hoffe einfach mal dass wir hoch müssen wie hoch ist der Turm denn noch ist der der höchste Turm in der ganzen Stadt scheiße und da komme ich nicht hoch oder kurz verarscht mich nicht spielen ach das reicht schon okay wir haben ein Prozent den höchsten Turm in der ganzen Stadt also irgendwie erscheint mir das so als ob das der höchste Turm sei und da finden wir doch einen Spielermarkt die der Informatik vor Ort der Herr doch schon nur auf den Betten mit hat in die Tiefe ich hoffe ich will diese Kräfte er hat diese Qualität war auch noch 8 Uhr mit Marc doch die gleich belauscht Moment, ich such mal eine Bank. Ich glaube, lasst sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Varna gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Ja, und jetzt? Ja, gute Frage, was jetzt, ne? Jetzt gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt, würde ich mal sagen. Ich weiß nämlich nicht wirklich weiter. Oh Gott, hier ist überall übelst, schwer hochzuklettern, Leute. Eine milde Gabe, eine milde Gabe, halt die Klappe. Da haben wir das Gebäude. Oder? Dass ich suche. Aber wie komme ich da hin? Oh, das hat mir... Das hat mir verliegt. Ja, kommt nur, kommt nur. Ich zeige euch auf. Ups. Ja, Leute, ich weiß nicht so recht, wie ich da hochkommen soll. Hm. Ah, doch, so komme ich hoch. Da haben wir auch schon den Tor und eine Flagge, sehr schön. Die Flagge kann ich sehr gut gebrauchen. Ja, äh, wir... Ja, ich hoffe, der Tor... Oh, das ist wieder so ein Christ-Turm. Da geht's hoch. Ja, dann geh auch lang. Komm, hoch. Was geht das schon wieder los hier? Das ist ein Scheiß. Die Teule werden ja immer schwieriger. Wie, wohin denn das ist denn? Das ist hier noch nichts schwieriger, sondern zeitaufwendiger. Ha. Okay, das reicht noch nicht, war ja klar. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Jetzt darfst du es zu erreichen. Ja, geht doch. Ha. 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 Da muss ich sicher sein. Da muss ich sicher sein, dass центlich soll. das tut doch mal ich versuche es wirklich er hat mehr versteckt ist nur 4 das ist aber ein Bürgerin mal in Ruhe die ja ja da wie war das mal der griff war verdammt ja Was geht denn nun los? Oh, Eintritt!